Guten Morgen, liebe Welli-Freunde. Hallo und ihr ist wieder bei 3TV und ich wollte euch heute mal eine Roomtour zeigen, weil ich schon so oft gefragt worden bin, kannst du nicht mal eine Roomtour machen? Das werden wir heute mal machen und jetzt zeige ich euch mal, es ist 3.45 Uhr, frühmorgens und wir werden jetzt die Valleys rauslassen und ihr könnt dabei sein. Viel Spaß! Hallo, guten Morgen! So, alle rauskommen! Hallo! So, Achtung, Achtung! So, Achtung, Achtung! Ja, wie ihr sehen könnt, knabbern die Schnipse hier und Bobi ganz dreckig an meiner Hand herum. Ja, also wir fangen jetzt mal an mit der Roomtour. Also ihr seht jetzt hier, haben wir praktisch hier ein Bild, das stellt uns sehr gut und wenn ihr näher hinschaut, dann seht ihr, dass da oben ein richtiges Loch drin ist, das haben die Valleys reingefressen. Die sitzen da oben nämlich, und ja, also die haben praktisch angefangen, unser Bild zu vernichten. Also wir haben eine Korkröhre da oben liegen, damit sie was zu knabbern haben, dann so ein Baumstamm, das sitzen sie auch recht gern. Ja, dann geht's hier weiter, da haben wir unseren Schrank, ja, alles was man so braucht. Wir haben hier eine Korkröhre, damit wir uns mal hinsetzen können. Ja, so, jetzt habe ich mich hier mal hingesetzt auf die Beine, die ich euch gerade gezeigt habe. Und jetzt mache ich mal einen Schwenk durch den Raum, also ihr seht jetzt hier, da vorne ist der Käfig unser Valleys und wenn ich jetzt hier weiter schwenke, da kommt jetzt hier der andere Käfig.